Was ist eigentlich alles? Wir können viel mit den Händen arbeiten. Wir sehen, dass es in verschiedene Verarbeitungsrichtungen geht. Wir können von einem lebendigen Tier bis, wie man sieht, Fleischprodukt herstellt. Das ist sehr wichtig. Wir können vielfältig probieren. Ich hoffe, es geht weiter. Du kannst vielfältig probieren. Wir können vielfältig probieren. Ich komme damit nach vorne. Aber wannst du? Ich bin ein relativer Mensch. Ich bin ein halber Dumpf. Ich bin ein halber Dumpf. Bis zum nächsten Mal.